Servus die Madeln. Die Spielerinnen von Austria Wien sorgten vor dem Heimspiel gegen Alltag bei vielen jungen Mädchen und Frauen mit Fußballstationen für Begeisterung. Wirklich sehr cool. Man sieht ja da, dass schon richtig junge Mädels interessiert sind an dem Verein und ich glaube das soll auch das große Ziel sein, dass wir wirklich schauen, dass viele junge Mädels da aktiv werden. Mit unserer Akademie haben wir natürlich eine gute Basis, wo wirklich Mädels gut ausgebildet werden und der ganze Tag macht uns natürlich auch ganz viel Spaß. Die ganzen Bundesligaspielerinnen sind da unterwegs, machen die Stationen, werden Autogrammkarten, werden austeiert und es macht einfach Spaß, wenn man in und wieder wirklich da einfach dabei ist. Ich finde das eine sehr gute Aktion. Ich finde das gut, dass wir junge Mädchen vor allem motivieren, generell zum Fußball spielen, dass wir diese Stationen aufgebaut haben. Ich sehe jetzt schon viele Mädchen, die da sind und es macht ihnen auch wirklich Spaß. Also sie probieren, sie lachen. Ich finde das eine super Aktion. Ja, ich bin jetzt schon so lange bei dem Verein. Die Spielgemeinschaft hat jetzt auch ein paar Jahre gedauert. Da hat man dann schon natürlich gemerkt, dass die Austria da wirklich interessiert ist an uns. Jetzt natürlich ist es wirklich offiziell, dass wir da jetzt nur noch FK Austria Wien sind oder unter dem Namen FK Austria Wien spielen. Ja, mit dem heutigen Tag glaube ich, sagt die Austria schon, dass ihnen der Frauenfußball auf jeden Fall wichtig ist. Ich bin bei der Station, wo die Schusswand ist und es sind einfach verschiedene Stationen. Es gibt Bowling, es gibt Salom und es soll den Kindern einfach Spaß machen und vor allem eben den Mädchen mehr Freude am Fußball machen. Freude am Fußball hat auch unser Team in der Frauenbundesliga. Nach drei Spielen liegt die Austria mit sechs Punkten auf Platz drei. Am Freitag treffen die Violetten im Topspiel auf Tabellenführer und Serienmeister SKN St. Pölten. Die Saison sind wir leider mit einer Niederlage gestartet. Das Spiel war leider sehr ungünstig, finde ich. Also jetzt war es nicht so, dass es wirklich klar war, dass wir da als Verlierer vom Platz gehen. Wir haben dann aber in den nächsten zwei Spielen einfach bewiesen, was unsere Stärken sind. Jetzt der Gegner SKN St. Pölten ist natürlich auch ein Name. Die meisten haben davor Angst, aber ich glaube, das haben wir nicht, denn wir haben einfach nichts zu verlieren und wollen einfach so wie auch in den letzten Partien immer wieder zeigen, dass wir da vielleicht mithalten können und vielleicht geht es sich aus, dass wir dann vielleicht auch einen Punkt mal mitnehmen. Ich finde, wir haben nichts zu verlieren. Wir werden einfach dagegenhalten und uns ein Bestes geben.